hallo und herzlich willkommen zum heutigen video über elefanten im heutigen video geht es um dieses thema es geht um die geschichte des asiatischen elefantenbullen bunker im zoo jerewan armenien bisher bunker wurde am 30 dezember 2007 im zoo tiflis in georgien geboren er lebte die erste zeit zusammen mit seinem vater bacho und seiner mutter malka im zoo tiflis georgien dies hier ist ein seltenes foto von bachow im zoo tiflis georgien hier sieht man ein paar fotos von bunker und malka zusammen im zoo tiflis aus dem jahr 2013 hier sind sie im alten originalgehege und pflücken einige äpfel von der hinteren rückwand am 6 mai 2013 begann ich damit im zoo tiflis zu arbeiten und ich habe ein enrichment programm gestartet zum beispiel mit heunetzen so wie man es hier in diesem video sieht mit bunker und malka ebenfalls am 6 mai 2013 begann ich zum allerersten mal mit dem tagetraining bei malka und bunker im zoo tiflis georgien hier folgen ein paar fotos von dem ersten tagetraining seasons mit bunker und malka im zoo tiflis das war alles im jahr 2013 ebenfalls im jahr 2013 baute der zoo jerewan in armenien sein elefantengehege um zwar wurde das elefantengehege nicht vergrößert aber es wurden höhere sicherheitsstandards installiert und im jahr 2014 habe ich das gehege noch umdesignt mit mehr enrichment zum beispiel mit sieben aufrechten baumstämmen außerdem plante der zoo jerewan auch eine komplett neue elefantenanlage um auch mehr als einen elefanten halten zu können also im jahr 2014 wurde dann damit begonnen bunker zu trainieren für den transport vom zoo tiflis in den zoo jerewan und das training war erfolgreich und wir waren in der lage bunker ohne jegliche sedierung an allen vier beinen anzuketten nur durch das training so dass dann der transport starten konnte am 8 juli 2014 begann dann der transport von bunker und ich habe bunker im transportwagen angekettet und wir transportierten bunker vom zoo tiflis georgien in den zoo jerewan armenien wo er am 9 juli 2014 ankam dies hier ist das erste foto von bunker im neu designten außengehege im zoo jerewan in armenien und hier ein kleines video wir gehen um hier 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 Aber schon nach einer kurzen Weile begann Bunker in dem Außengehege die Baumstämme zu zerstören. Im Elefantenstall bekam er auch Enrichment, zuerst durch ein Heunetz, später durch eine Heubox. Seit 2014 habe ich Bunker jedes Jahr im Zoo Jerewan mehrfach besucht und nach ihm geschaut und mit ihm auch Fußpflege durchgeführt. Zum Beispiel im Jahr 2015, im Jahr 2016. Im Jahr 2017. Im Jahr 2019 haben wir den Enrichment Tree im Zoo Jerewan im Außengehege gebaut. Und es gibt ein paar Videos auf meinem YouTube Kanal, wo ich im Jahr 2022 im Zoo Jerewan bin und Bunker erneut dort besuche und beschäftige. Und außerdem gibt es aus diesem Jahr 2023 drei Videos von dem Enrichment und der Fußpflege und dem Schwanztraining mit dem asiatischen Elefantenbunker im Zoo Jerewan. Da geht es unter anderem um den Sandberg, da geht es um die Autoreifen, um die Gehegeabsperrung und um die Verbesserung des Enrichment Trees mit Autoreifen. Das ist also die Geschichte vom Bunker im Zoo Jerewan bisher. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat, dann gerne ein Like hinterlassen, gerne ein Abonnement hinterlassen, das geht da unten irgendwo und kostet auch nichts. Und gerne auch Kommentare schreiben, die lese ich in jedem Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020